Hallo und herzlich Willkommen hier zurück zu The Crew Wild Run, das Qualifier Summit, Fett Tuesday, weiterhin und wir machen jetzt Crew oder Radarfallen. Habe ich schon mal erwähnt, dass es nur dumme Leute auf der Straße gibt. Habe ich auch schon mal erwähnt, dass es nur dumme Leute im Umkreis von uns gibt. Wieso müssten die mir alle reinfahren? Äh, 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 das wäre vielleicht am Anfang noch ganz sinnvoll gewesen. Ja, was meinst du? Ja, das. Ach so. Hehe. So. Habe es leider nicht ganz geschafft, mein Auto auf volle Stufe hoch zu pumpen. Wie kann man denn da alles fahren? Ja, O-Timer-Sein, weil ich nicht genug Geld hab. Dein Ernst? Ah, los, im Teil koste 40.000 Euro. Das sind, wenn du alle Teile hochpumpen willst, 500.000. Äh, ja, ich muss schon mal was mit dem Steißen müssen. Hä, das kann nicht sein, das ist der. Äh, muss ich den nehmen. Den gelben Blitz fahre ich jetzt. Oh Gott. Und drehen, umdrehen. Und drehen, umdrehen. Und drehen, umdrehen. Und dann? Fahren. Wie weit? Äh, keine Ahnung. Ich find jetzt, muss ich sagen, einfach mal jetzt da. Klän dir meinen Windschatten einig. Jo, bist du schnell. Äh, jopp. Hm? Jopp. Haben wir überhaupt so viel Zeit, dass wir das alles bei jedem machen können? Jo. 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 Äh, wo fährst du hin, Mann? Sag halt was. Achso. Ja, hier lang. So, hier umdrehen. Hier rein. Warte doch. Nein, ich muss das jetzt machen. Was denn? Okay, wir machen das, ja, wir machen das doch dann eh nochmal. Oh Gott, muss ich jetzt hin. Ja, meine, wenn du den Weg eh schon weißt, wirst du auf die Schlaube du warten willst. So, jetzt haben wir eh wieder ewig Zeit. Ja. Wir haben viel zu viel Zeit noch. Ja, also, deswegen hättest du auch warten können, Mann. Äh, ja, ich wusste das ja nicht. Ich muss auch erst um 2. Ah, ey. Einfach mal mit Volcaro gegen die Wand da hinten fahren, oder? Ja, und nicht kaputt gegangen. Läuft. Weißt du denn, wieso bist du schneller? Das gefällt mir nicht. Weil ich bei den 1.200 gefahren bin. Im Ernst? Ja. Läuft bei dir, ich krieg die Kurve nicht, doch krieg ich. No, 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 no. Ich bleibe ernsthaft, wieso kann man den Blitzen nicht unfallen? Achso, das ist die Radar-Forge. Äh. Hi. Wir haben ja jetzt noch ewig Zeit, was macht man jetzt noch? Ich mach die 2 nochmal. Äh, neu starten. Nein, ich mach die 2 nochmal. Äh, hier muss ich rein, da hätte ich rein müssen. Okay, das heißt, da kann man sich viel mehr Zeit, äh, sich Zeit leisten. Ja. Oh Gott, ich schaffe mich, ich schaffe mich, ich schaffe mich nicht. Oh Gott, es spielt jetzt hier keine Rolle. Ah, bist du nochmal verbessert. Oho, gerade so in der letzten Sekunde drüber. Äh, hä, hä. Da kannst du so easy Durchschnittstemperature 100 erreichen. Ne, weil du beim 1 ewig langsam bist. Ja, gut. 683. Hö, ich hab mich verschlechtert. Hey, wie gut war ich bitte beim ersten Mal? Ich hab mir gedacht so, ja, easy verbessert. Schwachsinn. Ja, du hattest ja auch keinen Win-Shop. Ja, hatte ich beim ersten Mal auch nicht. Da hab ich's mir nur angeguckt. Ja, stimmt. Wir müssen immer ineinander fahren, dann wird jeder von diesen shoppen. Jo. Ich mein, mein Auto ist vielleicht zwei Keimhälften langsamer, aber mein Gott. Nein, da glaub ich sogar nicht. Dann drehen wir um. Ähm, ja, lass uns Zeit, jetzt. Äh. Geht Nitro! Jetzt wird krass, Alter. Jo. 426. Ey, wo fall ich hin, fall ich hin. Warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Ja, aber dann krieg ich die zwei nicht schnell. Die zwei können wir eh umkehren. Die zwei machen wir dann eh nochmal. Fahr weiter. Okay. Was wüssten wir nach einer zwei machen? Ja, hier rumfahren. Die drei machen. Ey, die drei. Nach drei und dann zu vier umdrehen. Mach gleich die drei, mach gleich die drei, mach gleich die drei. Nein, nein, die drei, die müssen wir eh andersrum machen. Äh, hier muss ich rein. Ich muss doch mal damit klarkommen, wie du gekommen bist. Ich muss doch mal damit klarkommen, wie du gekommen bist. Wie sind sie jetzt schon einmal gefahren? Oh, leck mich doch ehrlich. Oh, lang, sie nervt sich ehrlich. Wie langsam müssen wir die vier fahren. Äh, die drei fahren. Die... Hä? Die drei, die kommt ja jetzt dann. Die drei ist da ganz hinten. Ja, die drei kommt, äh, also wir fahren jetzt hier falsch auf jeden Fall. Ich bin falsch abgewogen. Hoppolla. Ja. Obwohl, so geht's auch. Ist schon sehr langsam, die drei. Hoppolla. Und jetzt, wie sind jetzt die fünf? Ja, die wollte ich jetzt dann umdrehen dann. Aber das können wir jetzt sowieso vergessen, weil wir... ... ziemlich viel Zeit verloren haben. Aber wie? Weiß... hä? Aber wie? Achso. Nein, 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 nein. Kannst noch ein bisschen fahren, fahr noch, fahr noch. Jetzt noch drinnen. Egal. Ja, bei mir ist sie schon egal. Mit dem Leben keine Verbesserung mehr. Ja gut, ich wahrscheinlich auch nicht. Oh, die ist wieder aber knapp in meiner Zeit. Junge! Weil dich. Gut, ich muss. Ja, bei mir ist auch keine Verbesserung. Ich muss ja auf meine Zeit achten. Ja. Also man denkt immer, man hat zu viel Zeit, aber am Ende geht sie dann doch schon raus. Oha, ich hab mich verbessert. Um 13 kmh. Oha, ich hab mich verbessert. Um 485 kmh. Ich bin 198 kmh. Ich bin 120 kmh. Nein, bei mir wird es keine Verbesserung. Nein, hab ich nicht gesagt. Aber den Anfang haben wir jetzt richtig gut hinbekommen. Ich glaube, ich bin 430 kmh gefahren. Wir müssen die 2 nämlich von der Kurve aus machen, weil sonst haben wir keine Zeit mehr für die. Was ist der chip Fall Neufer. Warte, 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 warte. Was list een? was los ist Nidro, Nidro Du musst Nidro geben Ich bin auch in dir man! Ich bin in dir! Was? Du bist die ganze Zeit vor mir Aber ich bin 233 gefahren 233 cool Was? 233 ja Äh 433 So den brauchen wir sowieso nicht Ja ich kann jetzt irgendwie nicht auf dir warten Weil ich hier Zeit brauch Wetten ich schaff's trotzdem mit der Zeit Hä? Wetten ich schaff's trotzdem mit der Zeit Gut möglich weiß ich nicht Gut möglich weiß ich nicht Locker das hättest du so locker mit der Zeit geschafft auch wenn du auf mich gewartet hättest Weiß man nicht Ah die drei die und da und da ist außen rum fahren echt besser Da kriegt man da nochmal ein paar kmh So jetzt warte ich auf dich Zur fünfter Ach wir haben nur eine Minute WTF? Ja wir brauchen nur noch die zwei oder? Nein die zwei hab ich schon schnell Aber wenn wir noch Zeit haben dann können wir die auch nochmal gescheit fahren Hm Können knapp werden Wo fährst du hin? Ich drehe ein bisschen vor mir auch Ja gut Ja gut Ich hab mich verschlechtert Ich hab mich übelst verbessert Ich hab mich übelst verbessert Aber ich weiß nicht bei was Das schaff's nicht Ach die die Drei wär schneller gegangen Ok Ich glaub bei mir geht alles noch so'n tippen schneller Ja ja es geht alles noch Also außer die 1 433 ist schon eine Hausnummer Äh plus ne ok ne Ach doch ich hab Ich hab mich vergessen 97 star 72 star Passt das aber nicht Ja können wir eigentlich nochmal machen Die Zeit haben wir jetzt auch noch vor Und zwar die Die 3 Also erstmal wenn du die 1 fährst Fahr direkt um die Kurve rum Zur 2 Ja Dann kriegst du die nämlich mit über 300 Und die 3 machen wir jetzt Wo wir Da fahren wir nochmal durch Mhm Fahr um die 5 herum Ja Weil dann kannst du die Durchfahren und wirst auch schnell Ja Gar nicht so schlecht alter Was? Ja der Das Radar fallen drin Oh Schon umdreht Oh Gott das hab ich verpennt Haben wir beide vorgesehen Jo Ja ne ich war mir nicht ganz sicher Ob du noch weiterfahren willst oder nicht Geht mir drauf Gib mir drauf Komm Schon wieder gut Aber nicht ganz Gleich um die Kurve rum Gleich um die Kurve rum Gleich um die Kurve rum Ohoho Bis jetzt zu schaffen Jetzt geht Aber nicht so wie ich, weil ich freak die Scheiße zusammen. Fahr gleich rein, nach der 2 gleich abbiegen. Ja egal. Ich dachte du meinst da. Ja ja, ne ist egal. Passt schon. Ich warte auf dich. Ja, verlos. Da rein oder? Ja. Nicht so wie ich. Warte, ich komm gleich. Ich kann nicht warten. Da hast du recht und ich fahr nochmal gegen das gleiche Auto. Premium. Jetzt, 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 wie lange? Geradeaus und nach außen rum und dann die S-Kurve. Die 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Ah mann, die zwei regt mich übel auf, weil ich die übel verkackt hab. Ja, wir haben es insgesamt verkackt. Wir haben es insgesamt verkackt, weil wir haben für uns kein Windschirm mehr gegeben. Warte, 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 warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Ja, ich warte auf mich. Oh, da bist du ja schon. Oh Gott. Fahr los. Junge, ich hol dich auf. Geht doch. Geht nicht hoch. Ja, ich hab mich wieder verbessert, aber nicht viel. Ja, ich hab mich... Weiß ich nicht, du hast dich auf jeden Fall verbessert, du bist jetzt auf jeden Fall besser als... ... 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 So... und die Kurve... und dann hier voll durchbreddern... Das ist so wie ich! OOOOH! Und umdrehen! Das könnte... Das könnte echt richtig gut sein! Wir haben noch eine Minute und dann können wir jetzt noch ordentlich anlaufen. Jo! 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 So, sorry, sorry, sorry. So schnell. Wo steht's? 66. Ja. Weißt du. Gut, und ich sag danke fürs Zuschauen. Das nächste Mal geht's weiter mit den PvP-Events. Nicht verpassen, einschalten. Markenzeitrennen gibt's auch noch, aber dazu brauch ich erstmal ein bisschen Geld. Und das glaub ich hab' ich grad nicht. Ne, mit 21.000 komm' ich echt nicht weit, deswegen... Ja, deswegen machen wir jetzt auch PvP. Genau. Deswegen dranbleiben, einschalten. Nächste Woche nichts weiter. Bis dahin, ciao.